Wann fängt Weihnachten an? Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt, wenn der Laute bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will, wenn das leise laut wird und das laute still, wenn das Bedeutungsvolle, Bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, wenn mitten im Dunkeln ein wenig Licht, Geborgenheit, helles Leben verspricht und du zögerst nicht, sondern gehst darauf zu, dann, ja dann, fängt das wirkliche Weihnachten an.